Hallo ihr Lieben und freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück bei Rayman Legends mit dem Flattervieh. Das bin ich. Ich freue mich wieder da zu sein und ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Und ja, wir haben anscheinend einen dicken, fetten Endbus vor uns. Ich glaube, das ist dieser Sumo-Ringer, vor dem wir davon gelaufen sind. Hier, der da. Ich bin mal gespannt. Hüpfen wir einfach mal rein und schauen, was passiert. Hoffentlich wird das nicht so ein Weglauf-Level. Was? Was zum Teufel? Chilischot, auf die der da unten beißt. Was zum Teufel? Lava? Okay. Ähm. Äh, Mami? Äh, was? Moment mal. Okay. Das war knapp. Das war richtig knapp. Oh, jo, jo, jo. Hey, hör auf. Du spinnst doch. Du verrückter. Ja, die bist verrückt. Ui, 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 ui. Warte mal. Ah, scheiße. Oh, äh. Ich meine, äh, Mist. Oh. Oh, verdammt. Das ist, wow. Okay, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Jetzt kann ich mich da ein bisschen drauf vorbereiten. Schwebe, schwebe, schwebe. Oh, okay. Was ist da? Jetzt aber schon ein bisschen dämlich. Hä? Ja, du bist total stark. Total stark. Oh. Ja, rieber, rieber. Ja, das war ja aber weniger, rieber. Du triffst mich ja noch nicht mal. Also, entweder kommt mir das jetzt nur so vor, oder der Kampf ist einfach. Wow. Hä? 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 Das verstehe ich nicht. Oh, Mensch. Ah. 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 Das wäre das Licht. Jetzt verstehe ich. Gut. Ui. 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 Warte mal, warte mal. Schnell da hoch. Nee, das ist okay. Das schaffen wir jetzt noch nicht. Was? Wow. Ey, ich hätte da oben stehen bleiben sollen. Ey, da soll mal erst mal einer wissen hier. Ja, komm, 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 komm. Ja, rieber. Komm. Hey. Du dumpfbacke, du. Also, irgendwie ist das ein bisschen dämlich, ne? Kann das sein? Ja, du bist der Held. Ja, komm. Ja, kannst du auch noch mal anderes sagen, du Vogel? Ähm, ich habe gerade sehr taktisch unglück gehandelt, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja. Äh. So, und jetzt? Äh. Okay. Ähm. Ja, 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 rieber, du mich auch, ey. Äh. Hä? Ja, du bist der Held, ey. Du bist der Held vom Kümmerfeld. Ura. Nein. Hm. Okay. Wieder taktisch unglück, aber macht nichts. Wir schaffen das. Ja, komm. Komm, schlag zu. Ja, 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 ja. Ist okay. Alles wird gut. Da, 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 da. So, bleiben wir mal hier stehen. Der Herr macht ja immer den gleichen Move. Weil, Monsieur ist ja nicht der Schlauste, wie es aussieht. Ach, komm. Ja, ole, anale. Oh, valla. Nein. Ach, verdammt nochmal, ey. Das gibt's doch nicht. Es tut mir leid. Jetzt klappt's. Ja, 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 ja. So, jetzt. Oh, wow. Jetzt hätte ich mich beinahe wieder in den Tod gestürzt. Das ist ja wohl doch mal. So. Einen haben wir. Hi, hi, hi. Also, der ist ein bisschen einfacher, auch wenn... Das Einzige, was hier nicht einfach ist, ist das Springen. Da auf diesen komischen... Ja, ja. Ja, komm. Wow. Ja, siehste. Geschafft. Yay. Didi, 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 didi. So. Warte, ich geh mal hier drauf. Ja. Ach, nein. Nein, 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 schon wieder. Nein, nein. Ach, Menno. Oh. Ja, komm. Dann machen wir jetzt die Mitte. Ja, klar, natürlich. Jetzt landet das da. Die ganze Zeit landet es auf der anderen Seite und jetzt auch noch mal da. Huh. Hoppala. jetzt ich irritiert jetzt 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 ist es doof nein ich möchte die sterben nein nein das flatter wie das versagt wiederum vom niveau ja kommen wir auch wieder von der seite ja genau da kommt nämlich alles wieder so wie wir es gewohnt sind die video hinten feiern die freundlich sterbe oder die sind für mich das kann natürlich auch sein weil man den mexikanischen hüten zu urteilen nicht du bist ein macker der held vom erdbeer feld ich habe gehört da ist ein euro job frei hier kannst du bestimmt anfangen oder war böse egal egal ja lieber so moment ja ich habe es geschafft so zack hätte er sich selber gehauen wenn ich drauf gesitzen geblieben wäre warum brauchst du dich selbst ja lass dich feiern kollege lasst dich feiern ist kein ding wieso habe ich dir kein herz ich habe nur ein leben waren ist ja wohl droht da ist er warte wir kriegen dich wir kriegen dich klar ja es gibt's doch nicht wir brauchen nur noch einen kleinen numi 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 klick gemein loser was ich habe doch doch die leuchtung gedrückt aber jetzt wieder direkt hier am anfang so hier bleibe ich jetzt ja ja sehr gut nein so war auf die punkte die verzichte ich gerade mal habe ich mal keinen bock drauf ehrlich gesagt du bist du dich schaubar kollege das ist schlecht kannst du mal was anderes sagen zu sparen nein ich muss nicht wieder von ganz vorne anfangen natürlich so ich habe jetzt so das gibt es doch nicht leute leute entspannt euch das gibt es doch nicht das ist gar nicht so einfach wieder aussieht vor allem nicht nur wie kriegen will feuer okay sehr gut die zweite runde jetzt habe ich ja 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 ich will nicht warum warum macht ihr so ein quatsch lieber entwickler warum mögt ihr uns spieler nicht seid ihr doch auf uns zu mocken uns fertig zu machen nervlich damit wir weinen im bett liegen und sagen warum haben wir dieses level nicht geschafft ja jetzt gedacht so jetzt kriege ich dich schießen in die augen raus sehen hat er ist auch keine märkte sehr gut für die 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 isch Was machen wir mit dem Typen? Na, wir zaubern ihn zum Mond. Tschö. Hihihi, sehr schön. Finde ich gut. Ich musste gerade nur kurz den Moment genießen. Ich mag das. Das ist ja ein richtig cooles Lied. Okay, zwei haben wir noch. Sehr gut. Ja. Wir haben alle. Juhu. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich freue mich. Ja, Kleiner, du hast es wieder geschafft. Also, wir haben es wieder geschafft. Und diesmal haben wir alle drei und haben wieder jemanden zum Befreien freigeschaltet. Das machen wir jetzt direkt mal, bevor wir ins Musiklevel gehen. Ja. Auf das Musiklevel freue ich mich schon. Oh. Höp. Gucken wir uns das mal an. Und ja, die Geschenke machen wir gleich auch auf. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge versprochen, dass wir es tun. Ich gehe wieder. Tschö. Okay. Hier geht es wieder anscheinend um Geschwindigkeit. No. Von wegen Geschwindigkeit und so. Äh. Äh, was? Moment mal. So schnell bin ich. Moment mal. Hallo. Ähm. So viel zum Thema Geschwindigkeit. Naja, das könnten ein paar lange Folgen werden. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Oh. Wow. Wow. So viel zum Thema Zeit mitbringen. Ich habe ihr sehr viel Zeit mitgebracht. Ach, notfalls, äh, gibt es die schöne Vorspultaste, also aufgrund zu meckern. Nein. Nein. Oh, Mano. Ah, ich will das nicht. Oh, Mano. Oh, Mano. Au. Alter Schwede. Lex mir doch, ey. Wir schaffen das. Jetzt. Ich lasse gerade den Kopf hängen, nur zur Info. Weil ich noch keine Facecam habe, erzähle ich euch, was ich gerade tue. Ich lasse bitterlich den Kopf hängen. Jetzt natürlich gerade nicht, weil ich jetzt springen und sprinten muss. Alter. Das gibt es doch nicht. Ich hasse solche Level, ne? Das ist die Hölle. Ja, natürlich. Klar. Ja, da wäre ein Numm gewesen. Egal. Den nehme ich mir jetzt mal raus, dass ich... Wow. Habt ihr das gesehen? Alter. Mami. Das war so nicht wahr. Was war das denn? Ihr Psychopathen. Die Entwickler dieses Spiels sind Psychopathen. Oh, mein armes Herz. Alter Schwede. Ja, okay. Da kommen wir wieder nicht hoch. Ich habe mich gerade wirklich sauer erschrocken. Oh nein. Die Stelle kommt gleich nochmal, oder? Oh. Jetzt war die weniger fürchterlich. Aber gerade war sie sehr fürchterlich. Boah, das können wir ja nicht machen. Wow. Wow. Weiter rennt, weiter rennt. Lauf. Lauf. Oh Gott. Mami. Oh. Boah. Boah. Oh. Hey, wenn ich rauche, würde ich sagen, ich brauche jetzt drei Kippen. Das ist so. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gibt es doch nicht. Unglaublich. Oh. Ja. Und für dich haben wir da gelevelt. Ja, natürlich. Hätte ich mir auch sparen können. So, ich gehe jetzt ganz deprimiert, haue ich jetzt wieder ab. Ich bin nicht begeistert von dieser Figur, ehrlich nicht. So. Das sieht sehr, sehr witzig aus, aber... Bevor wir das machen, machen wir jetzt erst das. Und ich hoffe, ihr hört das Gewitter im Hintergrund nicht. Ja, hier gewittert es nämlich ziemlich... Mein Hund guckt mich schon mit großen Augen an. Rubbel mich, Baby. Machen wir wieder mal. Wir rubbeln, was das Zeug hält. Sehr gut. Nochmal. Also wir rubbeln erst alles frei und dann gucken wir uns die Kuscheltiere an und was wir alles freigeschaltet haben. Ich habe nämlich sehr viel davon gesammelt, fälle ich mir gerade auf hier. So. Nochmal. Ah, noch eins Kuscheltiere. Sehr gut. Noch eins. Zwei noch. Okay. Gucken wir uns die Heldengalerie an. Vielleicht haben wir ja wieder was Neues gekriegt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was es auf jeden Fall noch gibt. Ihr habt das Spiel ja mal schon gespielt, allerdings nie besonders weit. Das war ja... Ja. Bin mal gespannt. Äh... Ah ja, jetzt sind wir fertig. Jetzt können wir hier neue Kuscheltiere nichts wie hin. Laufen wir da mal. Ah, guck mal, wir können es ja richtig. Wir können uns ja Punkte abholen. Guck mal, die Toastbrote. Rechts. Keine da zu oben. Vielleicht zwei von denen. Okay. Geh mal Platz da. So, Toastbrote hat jetzt auch. Ah, so. Zack. Sehr gut. Ja, geht mal aus dem Weg. Geht mal schön aus dem Weg hier. Der Boss kommt hier. So. Das ging schnell. Ich hab dir jetzt nicht so intensiv gezeigt. Sorry dafür. Das war jetzt keine Absicht. Ähm, das ist jetzt gerade die Euphorie, die mich gepackt hat. Äh, ah ja, in der Richtung müssen wir gucken. Den haben wir gerade. Den hatten wir, den hatten wir. Den haben wir jetzt freigeschaltet. Und was mit dir? Noch nicht. Das war mir aber nicht schön. Hm. Okay. Alles klar. Haben wir noch keinen, äh, weiter freigeschaltet, der interessant sein könnte? Wenn ich mal alle, ähm, durchspielen soll oder alle mal zeigen soll, äh, einmal Bescheid sagen in den Kommentaren. Dann mach ich das sehr, sehr gerne. Oh, das nächste Level klang gut. Und es gewittert wieder. So. Dann gehen wir jetzt in das Musiklevel. Ich bin sehr gespannt. Äh, so. Oh. Okay. Mexikanische Wüste. Oh, hab ich nicht gekriegt. Ist es das Lied, was ich denke? Oh. Ja, es war das Lied, was ich denke. Und wir gehen weiter. Oh, der Tiger. Yeah. Sehr geil. Sehr geil. Jawohl. Jawohl. Du musst einfach nur zum Rhythmus schlagen. Das ist so super. Oh. Hä? Okay. Sorry dafür. Ah, okay. Oh, wie cool ist das denn? Oh. Sorry, da muss ich gerade einfach nur kurz zuhören. Sehr gut. Sehr gut. Ach so. Ach so. Oh, tut mir leid. Das habe ich wieder verkackt. Ja, das war sehr schön. Hey. Ja. Ja, so. Sehr gut. ja das war sehr schön sehr sehr schön oh guck mal wie wir es geschafft haben okay wir haben es geschafft anscheinend sorry ich hatte mich ganz kurz gemutet das nicht gemerkt deswegen kam gerade ganz kurz nichts von mir ist sehr leid unglaublich du hast die will diese welt von albträumen befreit du hast diese fünf glückslose verdient mein gott ich kann nicht mehr lesen vor lauter glück so ok dann machen wir mal die glückslose auf und wieder kuscheltier ja wohl sehr gut wir haben wieder ein neues kuscheltier wo wir haben sechs lose keine fünf ok stimmt wir haben ja gerade gold gekriegt da kriegen wir auch ein los rubbeln wir mal ich bleibe ich jetzt mal ein bisschen mit dem rubbel ich weiß nicht ob das schon so spannend für euch ist da hat etwas spannendes fertig geladen was demnächst auch mein kanal kommt sehe ich gerade da könnt ihr euch auch schon darauf freuen das ist ein blind das werde ich bald mal spielen eventuell streamen an den lieben zuschauer der mich im stream gefragt hat ob ich das ramel mal live übertrage du kannst mir gerne in den kommentaren auch mal bescheid sagen wann ich das eventuell machen soll oder weiß ich nicht oder gehe einfach in meine kanal info da ist meine facebook seite und da werde ich ankündigen wann ich diesen live stream mache falls du dir das anguckst schon mal im voraus bescheid gesagt und da ich diese folge glaube ich ein bisschen kurz finde schauen wir direkt mal rein was hier so abgeht und machen direkt erst mal das erste level die geheimnisvolle aufblasbare insel okay das klingt interessant was 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 wie cool ist denn die melodie hintergrund wie cool ist denn oh mein gott wie süß Hey, komm her. Hallo. Wie süß. Oh. Oh. Ah, so. Geht mal schneller. Okay. Ich gucke mal, was da hinten ist. Ah. Seht ihr? Oh. Und schon verkackt. Muss ich hier lang? Ehrlich? Muss ich hier lang? Bläh, 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 bläh. Bläh, bläh, bläh. Da traue ich mich ja schon fast gar nicht zu reden, weil die Musik so geil ist im Hintergrund. Bläh, 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 bläh. Tut mir leid. Ich bin ein Quatschkopf, was sowas angeht. Ich bin noch ein bisschen, äh, bisschen Kind geblieben in meiner Birne. Oh, es ist vorbei. Schade. Ja, ich helfe dir. Okay. Sieht sehr, sehr düster aus. Aber gut. Es ist ja, ne, in den, in den Tiefen. Wird noch wohl ein sehr... Wow. Nein, ich will nicht. Ja, ich helfe dir. Warte. So. Äh, boing. Warte mal. Äh, Moment. Jawoll. Das sah auch schon so nach Haus. So. Äh, ah, da unten bin ich. Was willst du denn? Äh, w-w-w-was? Was? Was zum Teufel war das denn? Ähm. Ah, ah, verstehe. Okay. Warten wir mal kurz ein bisschen. Ja, ja. Versuch's nur. So. Die checken wir. Ja, ich hab die Taktik durchschaut. Ich vermisse die Musik. Die war so süß. Ja. Was? Das war schon das Level? So kurz? Wow. Na gut. Gehen wir weiter. Hallo. Wow. Sehr gut. Oh, no. Oh, A, I, A, U, A. Sorry. Warte, Doofheit. Oh, oh. 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 Ganz viel Schätze. Hallo. Komm. Du drehst dich immer weg von mir. Du bist ein bisschen dämlich. Gucken wir mal, ob wir hier auch alle finden. Alle Lumi-Lumis. Es scheint aber, also ich denke mal, es wird eins der einfacheren Level hier sein. Oh, wow. Ah, okay. Ah, okay. Ah, ich hör wieder. Ein Hilferuf. Oh, du Armer. Wo haben die dich denn festgebunden? Na komm. Freien wir dich mal. Voll die Geheimvision. Ja, den, 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 den. Voll gut. Ah, richtig gut gemacht. Magisch, das Level. Solche Level lebe ich eigentlich total. Ah. Die ein bisschen, oh. Hä? Kommt euch noch näher. Voll die Geheimmission. Voll die Geheimmission. Mission Impossible. Oh. Okay, weiter geht's. Sehr gut. Die Dinger nehmen wir mit. Wie gesagt, ich habe Raymond zwar schon ein bisschen gespielt, aber nie wirklich so weit, dass ich weiß, wie das jetzt ungefähr weitergeht. Also hier war ich tatsächlich noch nicht. Das ist für mich. Ah. Für mich auch Neuland. Ich habe dich gehört. Und natürlich befreie ich dich und ich nehme die Punkte da oben mit, weil ich kann. Okay, dann müssen wir nochmal einen Rundgang machen, aber das ist, denke ich, mal nicht schlimm. Ich sei, es sei mir, denke ich, mal verziehen. Für die Punkte. Ja. Und nicht traurig sein, ich weiß, dann gibt es weniger für Special, aber ich glaube, wir haben schon so viel für Special zusammengesammelt. Das wird hinhauen. Okay, da war ich gerade schon. Richtig. Hallo. Ja, ich helfe dir. Ah, witteschön. Haben wir dir geholfen? So. Uah. Äh. Sorry, eins hat es verpasst. Okay, jetzt. Aua, uah, uah, uah. Uah. Oh. Na gut. Herz wieder verloren. Kann ich dich schieben? Nee, kann ich nicht. Oh. Oh, knapp, ey. Uah. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Oh, Mann, oh, ging nicht. Oh, verdammt. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Warte. Das ist ja fies, äh, das Level. So. Haben wir geschafft. Haben uns die Punkte geholt. Sei ruhig. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Ich bin schneller. Aua. Oh. Ich hab die Schakeldinger nicht gesehen. Ui, 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 ui. What? So. Nehmen wir erst mal dich mit. Und dann dich. Und dann zum Schluss dich. Und, äh, hauen ab. Aber so schnell es geht. Ah, ha, ha, ha. Aber da oben konnte man auch noch lang. Ja, komm, der verfolgt uns auch noch. Super, ey. Ja, uh. Ja, ich komm. Ich wusste, dass man da oben lang kann. Ah, Mami. So. Ich weiß, Mami wird mir nicht helfen. Höchstwahrscheinlich sogar nicht. Äh. Würde mich schwer wundern, wenn ja. So. Ah, jei, jei, jei. Ui, ui, ui. Ja, sehr gut. Den zweiten haben wir auch noch. Moment. So. Ich muss mal ganz kurz wieder was richten hier. Mein Mikrofon hatte sich ein bisschen verabschiedet. Das war grad ein bisschen schief. Ich hoffe, man hat jetzt nichts gehört. Kurz gemutet. Äh. Ach, hier ist schon ein Ende. Im Gelände. Guck mal, wir haben alle geschafft. Ja. Feiern wir erst mal wieder eine Runde mit denen. Wie die alle tanzen. Sehr gut. Vor allem der König und die Königin. Voll am abdancen. Das sind aber die Lummies. Da haben wir aber auch viele von gekriegt, ne? Und wenn das mal kein Gold ist, dann weiß ich auch. Wow. Ach ja, da oben links sieht man es ja. Okay, dankeschön für die Info. Na gut. Nun gut. Ähm, ja. Wie viele haben wir? Genug für die nächsten zwei Level. Boah, die werden auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Und wir haben einen neuen Charakter, glaube ich. 2000 Lummies unter dem Meer. Ja, okay. Nach dem Titel zu Urte hätte ich mir denken können, dass es, ja. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Okay. Das war die geheimnisvolle, aufblasbare Insel. Die war wirklich geheimnisvoll. Ich habe erst gedacht, so, hä, was mache ich denn jetzt hier? Aber wir haben es rausgefunden und war ein cooles Level, finde ich. Und, äh, ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in Lichter des Trolles. Klingt sehr übel. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Äh, der kleine Rayman, der wippt jetzt erstmal für euch zum Abschied. Da fehlen mir direkt mal die Worte vor Rührung. Und ja, macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Untertitelung des ZDF für funk, 2017